Bald sind es 40 Jahre. 40 Jahre, die Weltstar Romy Schneider nicht mehr unter uns ist. Ein schrecklicher Verlust nicht nur für die Filmwelt, sondern auch für Tochter Sarah Biasini, die mit ihren 44 Jahren bereits selbst eine erwachsene Frau ist. Dass die Schauspielerin die Erinnerungen an ihre Mutter fest in sich trägt, zeigt ihr neuester Auftritt. Denn anlässlich des 40. Todestages organisiert die Cinematik de Paris mehrere Ausstellungen um Romy Schneider, die in über 60 Filmen mitgewirkt hat, zu ehren. Zur Premiere kommt natürlich auch Tochter Sarah Biasini, die mit ihrer unglaublichen Ähnlichkeit zu ihrer Mutter bereits des Öfteren für Schlagzeilen gesorgt hat. In Skinny Jeans, schicken Blazer und einem strahlenden Lächeln bezaubert sie alle. Dabei sind es insbesondere die Gesichtszüge, die uns an ihre wunderbare Mutter erinnern. Wie schön, dass sich die französische Schauspielerin ab und an im Rampenlicht zeigt.